Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr kommt es hier auf der Hetzendorfer Straße in Meidling zu einem Horrorkrash. Ein 21-jähriger Lenker kann nicht rechtzeitig bremsen und erwischt ein siebenjähriges Mädchen mit voller Wucht. Die Siebenjährige erliegt noch am Unfallort ihren Verletzungen und kann leider nicht mehr gerettet werden. Das Mädchen war nach dem Religionsunterricht auf dem Heimweg, als sie scheinbar zwischen zwei Autos die Straße überqueren will. Scheinbar hat sie nicht auf den Verkehr geachtet und der Lenker war vielleicht auch zu schnell unterwegs. Man weiß es nicht genau. Die Polizei hat auch noch keine näheren Angaben und die Straße wurde zwischendurch auch gesperrt. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder fließend weiter. Die Ermittlungen laufen.